Richard Wagner, hört ihr Leut, hat gewirkt über Bayreuth. Auf dem grünen Hügel dort erlebt ihr jährlich manchen Mord. 13 Opern Wagner schrieb, merkt sie euch mit diesem Lied. Beleri, Hotalo, Wagners Opern heißen so, rein bei Götter, sie hört hin, diese vier bildenden Ring. Fehlt nur noch Trimai und Pars, 13 Opern, tja, das war's. Geboren in Leipzig, 1813. Mai, die Völkerschlacht war gratis vorbei, klein Richard war als Schüler echt. Im Schulfach Mathe sowas von schlecht, zu komponieren dann und wann, das war sein Glück, so fing alles an. Schrieb bald die Feen das Liebesverbot, doch hatte damit seine Liebe in Not. Ging zum Altar und dann nach Paris, doch dort ging's ihm ziemlich mies. Rienzi kam hier auf die Welt, die Hoffnung schwand und auch das Geld. Beleri, Hotalo, Wagners Opern heißen so, rein bei Götters, sie hört hin, diese vier bildenden Ring. Fehlt nur noch Trimai und Pars, 13 Opern, tja, das war's. Der fliegende Holländer entstand noch dort, frustriert verließ er dann diesen Ort und ging nach Dresden in den Osten. Er trug dessen König diesen Pfosten, den Tannhäuser und den Lohngrin bekam er ihr in Sachsen hin. So dann begab er sich, oh hohn, auf eine Demonstration. Er musste fliehen, ja, so ein Mist. Gott Lob half ihm, der Freund Franz Rist, die Schweiz wurde Richards Exil geflohen, auch Verschuldnern und deren gar viel. Beleri, Hotalo, Wagners Opern heißen so, rein bei Götters, sie hört hin, diese vier bildenden Ring. Beleri, Hotalo, Wagners Opern, tja, das war's. Er träumte bereits von der Ring des Nibelungen, den 18 Stunden Oper war noch nie gelungen. Er schrieb Reingold und Valkyrie nieder und dachte sich, so was mach ich nie, nie wieder, vertonte Tristan in Liebesblut. Seine eigenen Lieben endeten nie gut, manch titulierten ihn den Spinner, er trotzte ihnen mit dem Meistersinger. Ludwig II., König von Bayern, erließ Richard Wagner schulden und steuern, weil er ihn liebte und ihn brauchte, was ihn den Richard ziemlich schlauchte. Beleri, Hotalo, Wagners Opern heißen so, rein bei Götters, sie hört hin, diese vier bildenden Ring. Geht nur noch die Mai und Fahrt, dreizeh Roter, tja, das war's. Schließlich findet sein Ring ein Ende, der Herr Siegfried bringt Göttern dämmernde Wände. Wagners letzte Komposition, der Asimov, ach ihr wisst das schon. Leider war Richards Herz sehr schwach, hört auf zu schlagen nach einem Ehekrach. Es war in Venedig, 1883, die Ära Wagner war schlagartig vorbei. Richard war auch ein großer Dichter, gleichfalls ein Konventionsvernichter. Vom Komponieren ganz zu schweigen, muss man Chapeau seinem Hauptfilm neigen. Vom Komponieren ganz zu schweigen, muss man Chapeau sein, muss man Chapeau sein, muss man Chapeau sein, muss man Chapeau sein. Das war's, ich hatte wissen, wie Komponenten. Vielen Dank.